Wer von euch hat das gesagt, das Octane, der meist gepickt ist bei den großen Spielern? Jaja, ich glaube der ist insgesamt... Ein Freund für mich, der ist mega reingeklippt in das Game, der war auch fast Grand Champion. Der spielt aber Computer und der spielt auch nur mit Octane. Der Wagen ist halt super kompakt, der ist halt nicht zu klein, eigentlich auch nicht zu lang, also nicht zu schmal genug, nicht zu mega schmal wie die ganzen relativ langen Wagen. Er ist halt relativ hoch, dass du auch Luftball immer noch mitkriegst. Scheiße. Der war so ein mega Upfucker, das ist so Freestyle-Spiele. Oh fuck. Also der kam schon ordentlich kurz. Spiele weg, Spiele weg, Spiele weg. Ja, macht der Gegner. Macht er selbst. Und er kommt wieder. Scheiße, Spiele sind eine richtige Kritze. Julian dribbelt ihn aber, verliert glaube ich aufgrund von Niedermangel gleich die Kontrolle. Ja, da kommt nichts mehr. Ja. Ich hatte ja, ich werde zweifahren. Jawoll. Freunde, passt nicht so langsam. Ich hab versucht den Leuten, die alle zum Tor geeilt sind, ihm in den Weg zu spielen. Aber er hat es gemerkt. Oh, das passt. Oh, das passt. Oh, das passt. Oh, das passt. Nein, das passt nicht. Danke. Das ist der Punkt. Diese Bitch. Was denn? Guck mal, wo ich losgefahren bin, Bitch. Mit der Linie. Wer hat sich da reingekommen? Ich hätte ja schon ein bisschen aufgeregt, wenn ihr euch jetzt gegenseitig angebotert hättet du nicht keine Frage stellen können. Okay. Ja, der kommt genauer, was es ist. Nein, der geht nicht rein. Doch. Oh, nein. Ja, wenn wir euch einfach kacken, dann kann ich da auch nichts machen. Schön. Ohne Lappenrohrung. So, das wäre die komportale Führung. Kein vollkommen verkackter Anstoß und der Ball zieht wieder aus. Leucht. Ja, keine Ahnung. Ich bin nicht ganz hoch gekommen. Er stand hier so ein... Scheiße. Ich glaube, da bist du noch mal kurz in mich rein gefahren oder in Julian. Der hat ihn zuerst. Jo. Jo. Er spielt ihn in der Luft nochmal. So, nochmal kurz. Was? Was machen die da? Alter, wir machen die da. Wo auch schießen sie sich in die Luft gegenseitig? Na, wann wollen? Julian. Jawohl. Ich halte mich raus. Guck mal, ich bin gar kein Geier. Ja. 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 Bitte. Naja. Hier in dem Spielmodus ist es vollkommen in Ordnung zu geiern. Sofern man ein Tor macht. Ja, ich mein mir nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Und dann wäre der drüber gegangen. Oh mein Gott, meine Steuerung hat wieder versagt. Sorry. Kein Problem. Zum Glück passiert es bei einer 3-0-Führung. Und in einem... Oh. Goal in Goal. No, hab ich nicht. Schön. Wir schmeißen sie rein. Vielleicht wenn es ein Kill ist. Nein, ich nicht. Aber ich mach ihn bei euch rein. Hm. Ja, den der kommt ziemlich mittig. Hä, verkeiert euch nicht. Komm schon. Ja, ja, ja. So, ja, ja, ja. So, ja, 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 ja. So, ja, 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 ja. So, ja, 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 ja. Bauer ihn weg. Eht mich. Ich werde weg. Ich werde weg. Die greifen sich auch zu dem. Ja, 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 ja. Ich hab den. Guck Scheiße. hat man gar nicht damit ja doch 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 nein Nein! Ich stopp den im Vorstand. Den kriegt er nicht. Und Vorlage! Nein, ist doch nicht! Nooo! Wollte schon sagen, das wäre das beste Driver gewesen. Das gibt's nicht. Läuft! Wiskel? Ich dachte... Hat leider genau nicht gepasst. Ja? Boah, der kommt gut. Ich bin zu schief. Ich bin kein Assist-Killer, so wie andere Menschen hier. Ja, ich dachte voll... Ja, dein eigener Wiskel. Na, sehr gut gemacht von dir. Sehr gut. Beschessig. Close Call, gute Vorlage. Boah, ich hab Durst. Bist du nicht SID? Mhm. Wenn jetzt ein schlechter Wortswitz mit LID kommt, dann ratz dich aus. I'm sorry. Oh fuck. Oh no, fuck. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab kein Turbo, Leute. Ja, egal. Das ist ja nicht so. Geh doch fort. Ja, wie kann ich denn mit Turbo nicht mehr reißen können? Ja, mit Turbo nicht mehr reißen können. Ja. Ja, vollkommenes Rätsel, die ich daneben gefahren bin. Kann sich der Lappen noch mal freuen. Ja. Tut er auch. Hat man ja gar nicht gesehen, wie der da in der Luft rumflog. Ja, das war ja. Mir ist keine Führung hochgerufen bei solchen Spielen. Oh, die Verwaltung. Oh, die Verwaltung. Meinst du mich? Ah, kamt er den. Na, 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 na. Ui. Der kommt gut. Bis wir verkacken. Nooo. Und klärt ihn. Schöne Verwaltung. Schöne Verwaltung. Oh, Mann. Wow. Sie erklären ihn aber richtig. Oh. Ei, ei, ei. Ich war dran. Aber das macht es glaube ich nicht viel besser momentan. Oh, ich glaube jetzt. Nein, man nimmt was man kriegt. Ernsthaft, ey. Wie viele Leute da vorbeigeflogen sind. Oh, nein, geii, ei. Guck dir jetzt ab. Pass jetzt auf. Eins, zwei, drei, vier. Und du weißt immer, äh, du wirst in der Nähe rumgefärbt, das irritiert nicht. Ja, scheiß auf Irritation. Kann sieh doch mit Gelächter. Dann hast du keine Irritation. Ah, verstehst du? Vielleicht mach den Pfeuer. Oh, was war das denn? Ja, mein, ich muss mein, ich muss mein, die sichern. Hast du mal geguckt, du darfst kein Tor mehr schießen? Mehe. Nein. War uns ja mal gequittet. Da, ja, bis... Ne, ich bin Party-Leader, oder? Mal wieder? Ne, schade. Ne, doch.